meine lieben freunde wir sind zurück mit trackmania und heute eskaliert richtig wow das ist ja echt ein mega start von euch ich will auch ein tropfen wollte gerade naturgesetze erklären wenn du etwas leer ich weiß ja nicht ja thomas dann fangen wir doch einfach an mit der ansage alle leute ansagen für die ansage nummer drei kommen wir sind zurück mit trackmania und heute ist eine unfassbar volle runde wir haben dabei natürlich den weltmeister ich habe es vor allem als würde wäre das an mir gelegen ja genau weil du schon wieder wenn es nur an der aktualisierung gelegen hätte ja dann haben wir dabei natürlich er ist zurück der blondie aber der return ja eh immer mich als letztes bitte jetzt hast du aber was gesagt dass du das ist sehr schön erst mal danke an jbm für die drei monate die subscription und dann machen wir weiter mit mit dem klito chris ja hallo heute ist ganz viel hass im spiel ganz viel hass eine prise voll hass ein eimer ein eimer voll hass ja schon das war ja hier zu nahe okay und irgendeiner ist gerade gestorben ich rate jetzt einfach mal es war der banane ja und dann ihr hört ihn schon so herzhaft lachen im hintergrund ja und dann glaube ich immer dann durch und wir sagen einfach mal hallo blondie hallo ich habe ein buntes potpourri vorbereitet alle hass für alles und jeden na das klingt doch nach ich hatte eine woche urlaub und ich habe mir gedacht komm eine woche urlaub du liest eine woche keine zeitung um dich nicht aufzuregen und da habe ich mir gedacht für heute abend komm guckst du mal was letzte woche so in der welt passiert ist damit du was zu hassen hast clever wäre clever gewesen das ende der geschichte ist nur leider ich musste nicht mal eine woche zurückgehen es reichte schon nur heute die zeitung aufzuschlagen um eins zwei drei vier themen zu finden worüber ich habe ich eigentlich habe ich irgendwas verpasst seit wann ist blondie so informativ erinnerst du dich noch daran wie ich immer über diesen nsu nicht nsu prozess über den einen prozess von dem alten mann erzählt habe ne ich erinnere mich nur an ragequit, ragequit 2 und warte, ragequit 3 ragequit 3 gab es gar nicht es war die folge zentralrat zentralrat? da war ich wahrscheinlich abwesen aber gut ich bin gespannt du bist gespannt ja ich werde auch noch nicht verraten was ich habe ich kann nur so viel sagen da ich das ja mit dem wolf wir letztes mal aneinander geraten sind sollte ich im chat irgendwelche sachen lesen die ich weiß dass der wolf die nicht will diese leute werden konsequent von mir gebannt ne soviel dazu jetzt holt er die moralkeule raus ja da muss man nur von historischer schuld sprechen und reparationskosten oh man also das wird quasi alles in allem ein großartiger abend ja also ich pass auf ich pass auf dass der chat ne dass da nichts schlimmes geschrieben ist und dafür hast du auch ordentlich 13 jährige gazongas rausholen wir reden aber auch über die einfachen dinge im leben wie zum beispiel kevins gesicht bin ich froh dass das auch mal erwähnt wird meine fresse was ist das für eine beschissene strecke aber bevor wir zu all diesen hübschen themen hier kommen wir sollten erstmal eine ganz gewisse sache ansprechen denn eigentlich sah es aus als würde staffel 3 quasi ein vorzeitiges ende finden denn unser alljährlicher oder jahrelanger trackmania server hat sich von uns verabschiedet er ist im september offline gegangen im september schweigen wir nicht reden RIP server oder RIP server und wir dachten alle das war es und ihr hattet auch riesige Panik doch dann kam dann kam der Weltranglisten Erste der Kripke und hat uns einen neuen Server organisiert und jetzt sogar oben mit Twitch, Facebook, was auch immer Facebook da oben zu suchen hat Kripke, du verzeih und YouTube Verlinkung er hat uns den neuen Server zur Verlinkung gestellt Danke an die Es gibt kein Passwort Das ist immer noch das gleiche Nein, es wird nämlich nicht mehr diese Passwortfrage kommen Es gibt sie nicht mehr Hallo, jetzt nimmt den Hype doch nicht weg Ich wollt grad sagen Das Passwort ist immer noch das gleiche Na, aber ich sag es nur meine Freunde Wenn ich diese Frage noch einmal lese Das kann nicht sein Es gibt keins mehr Also vielen Dank Und mit diesem Server starten wir jetzt neu durch Das was natürlich auch bedeutet dass die ganze Strecken neu durcheinander gewürfelt sind Und wir quasi das Super gemischt Das kann ich Ihnen sagen Super gemischt Wie bin ich hier 13er geworden Und dann bin ich trotzdem wieder Kevin Weil Kevin ein einfaches Gesicht hat Wer fährt denn hier durchs Ziel? Das ist nicht so das Problem Also quasi wie jetzt das Meisterschaftssystem weiterläuft Das kann dann wahrscheinlich nur der Kevin erklären Wir hoffen her, oder? Alles auf Null gesetzt Okay, uns von vorne Heute sind alle da, heute wärs fair Einfach von vorne, oder Kevin? Du kannst die Exit-Tabelle doch einfach löschen Einfach von vorne Alles löschen Weil die Reihenfolge die wir jetzt haben wird sich niemals ändern Heute sind alle da die relevant sind? Die Reihenfolge bleibt hier immer gleich sodass man auch irgendwo starten kann Ja, die bleibt immer gleich Das heißt Ich kann ja auch gleich sagen Das weiß nicht ob das gut oder schlecht ist Aber der Server ist alphabetisch sortiert bis auf ein paar Ausnahmen Also nicht alphabetisch sortiert Quasi nicht Ist ja geil Aber Aber Bis auf ein paar Ausnahmen Ja ich weiß nicht was Kommt das O mal vor dem, äh vor dem L oder so Ja aber Blondi genau Aber genau Da musste Blondi auch erstmal überlegen Was liegt denn nochmal ums O Was kommt eventuell vor O? Nein, aber es ist halt wirklich so Ganz, ganz seltene Strecken gibt's Und du wirst nach Meteoriten eine weitere Strecke mit M haben Wie du Oder vielleicht auch schon vorhin bemerkt hast Es kam ne Mantarochen Jetzt kommen Meteoriten Ne? Nasi Ich habe die sortiert Aber Richtig Ja Ja äh Hast du dann die Macht jetzt auf A zu setzen Und wir fahren von vorne oder? Ich könnte das tun Möchte ich aber Habe allerdings enorme Bedenken Dass wenn ich das tue Irgendwas crash und wir wieder nicht vorwärts kommen Also Aber ich kann es riskieren Riskiere mal Soll ich es echt machen? Risk everything 3 2 1 To put it all on the line Ok Da muss ich jetzt erstmal finden Ich habe nämlich jetzt auch dank dem Begriff die Fähigkeit Als Admin auf diesem Server zu fungieren Fungi Fungi Gibt es hier ein paar Pilze oder was? Machen wir so Wichtiger Fungi der Wulfe Aber ich hätte vielleicht Maps So Maps Das kann ich schon mal auf Hier das ist ganz Hä nee das ist jetzt Das ist jetzt viel durcheinander als vorhin Durcheinander Ra 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 Oh Ja ohne Witz Das ist nicht okay Ähm Ich kann aber trotzdem mal gucken Also dafür dass Kevin immer so viel hier das Spiel gespielt hat und immer besser ist als ich Bist du auch nur 200.000 Plätze vor mir Ja die ist vor auf dem Server hier kriegt man nie Punkte merkste wat? Sonst wäre das geht ja mittlerweile Ranglisten erster wahrscheinlich Ja? Merkste wat? Ach guck mal wer auf Platz 1 ist Deine Mutter Nein guck mach mal auf Mach mal auf Wer steht auf Platz 1 ganz oben? Hä? Hä? Ich steh da Ich? Nein Wenn du jetzt Punkte Platzierung aufmachst Ich steh da Oh das ist schon wieder so ne Mindblowing Hä? Also ich hab jetzt Ich seh Ich bin gerade ein bisschen im Menü und bin am gucken Soll es wirklich Also ich könnte es einstellen dass es wirklich komplett nach Alphabet ist oder soll ich noch einmal random machen? Nein nicht random weil sonst können wir ja nicht dann irgendwann auch wirklich alle Strecken einmal gefahren haben und dann ist Ne Blondie ich meinte ich meinte also es ist schon immer die gleiche Reihenfolge aber random im Sinne von den Buchstaben der Strecken Achso das kann ruhig random sein das ist mir egal Okay Ist klar dann drücke ich jetzt zufällig und dann gucken wir mal was passiert Okay und Crash Ja das ist nämlich meine größte Befürchtung Und wie sie sehen sehen sie nichts Richtig Ich fahre nämlich immer noch Oh mein Gott Oh mein Gott Oder auch nicht Und hier geht es jetzt quasi los bei der Strecke ja? Äh nein Warte Nein Mit A an Oh Error Change in progress Oh Tja scheiße Ich sag's dir jetzt wird alles gecrasht ey War schön mit euch es geht es ich fahre Oh 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 Ja aber ich weiß aber das ist noch nicht die erste Strecke Nicht? Nein Ja ich fahr ja trotzdem erstmal weiter Fahrt mal und dann guck ich mal was passiert Mit dem alten Meisterschaftsstand Was machen wir damit? Ja Weg Ja besser ist es Das war nur Qualifying Der Kripke ist da Du kannst ihn ja fragen Ach der ist da? Das ist Qualifying Ja dann frag mal Kripke Wie wir das machen können Ne Plätze 1 bis 6 sind weiter Ich guck mal ich glaube ich hab das Also so viel falsch machen kann man glaube ich nicht Ich guck jetzt einfach mal was passiert was die nächste Strecke ist Dann guck ich mal ob das in der Reihenfolge ist Und sollte es das nicht sein dann kann ich den Kripke immer noch fragen Machen wir so Ja? Das ist schön Ja Also Staffel 3 beginnt quasi bei Folge 34 oder was auch immer das ist neu War warm up War warm up quasi Richtig Auf wann haben sie jetzt Trackmania Turbo verschoben? Auf 2018 oder so? Ja Machen wir jetzt quasi Berliner Flughafen oder so bitte Ja Eines Tages wird es fertig sein Gute Aussage Richtiger Berlin Style Eines Tages kommt noch Half-Life 3 Daran glaube ich jetzt weniger Da wird eher der Berliner Flughafen fertiggestellt Sag das nicht Ich wollte es gerade sagen Das hat auch zwölf Jahre gedauert Ich habe das erste nicht gespielt Ich habe das neue nicht gespielt Das war mir auch egal Aber es war auf jeden Fall Forever Forever Naja Aber das Spiel heißt ja auch schon Forever ne Forever Alone Ja die werden schon sich was dabei gedacht haben damals Du musst gleich mal was im Stream zeigen bei Forever Alone Die kennen das Die meisten kennen das Bildschirm Auch die im Stream? Ja natürlich die im Stream Das wär's sonst Das wurde damals gepostet Wo geh ich denn hin? Wenn du Twitter hättest gewinnen Hab ich auch nicht Ich weiß Ich hab aber Twitter Das ist das geilste Ich hab glaube ich seit 2008 hab ich Twitter Oha Ich hab noch nie was getweetet Richtig ja Alter Und du bist auch noch Twitteraner Du hast die Seite auch seit 8 Jahren nicht besucht Das ist richtig Ich hab mal angemeldet um irgendwelchen Datenmöte hinterlassen Ob du deine alte MySpace Seite wohl noch findest? MySpace? Die gibt's noch Kennst du noch die alten MySpace Schlampe? Die waren nämlich alle gleich als Bushido Und was Bushido sagt Das war 2008 wahr Und grammatikalisch wertvoll Naja Ich weiß auch überhaupt nicht wie ich hier mein Auto fahren soll Ich auch nicht Ich war auch noch nicht im Ziel also Ich fall auch immer spätestens aus dem zweiten Looping Ja da hab ich auch mal Probleme mit Zweiten Looping? Ja halt diesen zweiten Wallride meint der wohl oder? Den Reit von der Wall Ja gut wenn ich sag ich will Bananen esse ich auch nen Apfel Was war das denn jetzt für ne Aussage? Naja Ich kenn die Strecke aber noch Du kennst sie? Ist schön du hast die Strecken ausgedacht Schön dass du dich an deine eigenen Strecken erinnerst Also für die Leute die sich dann wundern Es gibt deswegen auch keine PBs mehr Und sehr wenige Locals Weil ist halt jetzt alles neu ne? Es gibt quasi ich hab gar keine PBs Richtig Komm ich etwa im Ziel? Ich fahr hier auch zum ersten Mal Oh mein Gott bitte 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 Nein Nein Wo die Kante? Fuck Ich war im Ziel Fuck Nein warst du ja nicht du warst ja an der Kante Richtig Du warst am Ziel vielleicht Aber weißt du wer den Didi hält auf der Strecke? Der Diskeed Ja das ist jetzt Die Didis kann man auch leider nicht löschen ne? Den Didi hält immer noch der Diskeed 40 Sekunden Das ist schon klasse Das ist schon klasse Ja es ist auch wirklich das erste Mal dass ich jetzt auf dem Surfer war Beim letzten Mal konnte ich ja nicht also War auch echt ein Mindblauig was du da gemacht hast Naja das war ja Technik Ratzefatz du Ja Technik Ist doch das einzige was Luna bei dir hält oder? Ach ne ey Hat sie das jetzt gehört? Da ist ja Ist Blondie schon selbst ein bisschen begeistert von sich ne? Ja ich merk schon ey War aber eigentlich auch nicht schlecht Ja siehste Meinst du Ach komm Das ist ein Drecksloch Ach komm Das sagt sie auch immer Er stich wieder vor die Kante weil du einen scheiß Witz gemacht hast Wenn der Scheiße gewesen hätt sie nicht gedacht du Arschloch Wer war die Sölfe? Ja ja War auch nicht so schlecht War halt Durchschnitt so wie mein Gesicht ne? Nein dein Gesicht ist einfach nicht Durchschnitt Ist das nicht das gleiche? Nee Die Einfachen sind auch die Besten Das ist ein einfaches Gesicht Ja Oh mein Gott Ich hab's wieder weggeschmissen Nee noch nicht Ach die Strecke ist doch auch echt Knackig du Debil ist das Wo geht's weiter? Oh Gott Holger Wie hat diese Strecke ist noch gleich auf den Server geschafft? Ich weiß es nicht aber Aber ich 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 weiß es weil Nein Kante Nein jetzt weiß ich was Blondie meint Ja die scheiß Kante da bin ich auch schon viermal hingen geblieben Oh nein nur Elfter Eine Chance habe ich noch Ob meine Sicht zu kommen Aber ich befürchte nicht Ich fahr jetzt einfach Dedi Dann bin ich noch zu können Ich weiß jetzt aber nicht Ich weiß jetzt aber nicht was schlimmer ist Ein einfaches Gesicht zu haben Ein kompliziertes Gesicht zu haben Nein Keine Sorge Weil dann hätten wir nämlich die direkt wieder aus der Werte genommen Weil keiner eingekommen ist Hä? Also ich bin Elfter Nein Nein Und Blondie Ragequill So ich bin jetzt mal sehr 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 gespannt Auf die erste Strecke? Auf die erste Strecke ja Welche Liste ist denn da? Und ob die in meiner Liste Ob das richtig Also am Also wenn alles gut läuft Das ist Mischgetränk Ich nehme jetzt Wetten an Mischgetränk Aber ich glaube das startet dann nicht so wirklich von vorne oder so Ich weiß es nicht Mir egal was passiert Kevin Kevin siehste Was seh ich? Meinen Platz Alter Das interessiert mich nicht Es war nicht die erste Strecke Ich weiß aber ich wollte das einfach mal wieder machen War ich nicht besser? Du bist Elfter Ich war 32 Da bin ich nicht besser Versteht's mein Glück Ist Blondie hier jetzt in so einem Clan da? Oder was ist das da? Jaja Blondie ist jetzt in einem Clan Wir sind es nicht mehr wert S P E E Und dann noch ein japanisches Zeigen So Mischgetränke Ist es das? Blondie macht direkt einen Feuerball draus Ja das ist ein sogenanntes No Ja ich trinke doch nicht nur ein Mischgetränke Es ist Mischgetränke Boah bin ich gut man Ich heiß doch nicht Friedi und trinke Mischgetränke beim Schottsaufen Du trinke sie ja nur zum Spülen Richtig Ich nehme die zum Spülen Okay und neue Meisterschaft Wow und ich habe meine Admin Fähigkeiten tatsächlich genutzt und es ist alles korrekt Juhuuu Und es ist eine neue Meisterschaft Und los Mischgetränke quasi Und die geht auch nur 19 Sekunden Das heißt nicht Speed So ich fahre sie auch gleich Hast meine Admin Fähigkeiten auch genutzt um dich auf den 11. Platz zu setzen? Quasi schon ja So Dann würde ich sagen Weltmeisterschaft startet in 3, 2, 1 1 2